Extinction Rebellion startet in Berlin neue Massenproteste und blockiert die Hauptverkehrsartan. Ist das noch legaler Demonstrierungsaspekt oder ist es bereits Gewalt bei der Durchsetzung von umstrittenen Forderungen? Meine Meinung dazu in diesem Video. Welcome at Active News, mein Name ist Michael Langhans, ich bin Volljurist und Videoaktivist und dies ist mein Videokanal. Schön, dass ihr wieder hereinschaut. Für die, die das erste Mal vorbeischauen, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren und insbesondere die Glocke anzuklicken, damit ihr über alle neuen Videos sofort informiert werdet. Extinction Rebellion hat heute als Fortsetzung der Fridays for Future Demonstrationen angefangen, in Berlin wichtige Verkehrsknotenpunkte zu blockieren und langzulegen. Bisher, so die Meldungen der Presse, ist alles relativ friedlich. Es gibt keine Gewalt. Es ist denn wirklich keine Gewalt. Ein interessanter juristischer Aspekt. Das Bundesverfassungsgericht hat in einer Entscheidung, die aus meiner alten Heimat Augsburg herhört, nämlich eine Autobahnblockade, als Demonstrationsmaßnahme klargestellt, dass das bloße Sitzen auf einer Straße kein Blockieren und damit auch keine Nötigung, keine Straftat sein kann. Da hat aber der BGH für Strafsachen einen interessanten Aspekt wahrgenommen. Er hat nämlich gesagt, mag ja sein, dass die Leute allein nicht illegal eingreifen. Es ist aber nun mal ein Fakt, dass das erste Auto, das halten muss, dann selber ein tatsächliches Hindernis für den gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr darstellen kann. Und genau das ist hier das Problem, unabhängig von der Frage, ob solche Maßnahmen notwendig sind. Es ist jedenfalls an der Grenze der Legalität. Und wenn dann zum Beispiel Christian Lindner diese Maßnahmen als Gewalt kritisiert, wird das von der Gegenseite wiederum entsprechend lautstark zerlegt, weil man sich Gewalt nicht nachsagen lassen möchte. Juristisch ist der Vorgang aber eindeutig, hier wird Gewalt und Druck ausgeübt. Im Übrigen mit Verlauf, jede Demonstration soll zumindest psychisch Druck ausüben und ist damit an der Grenze oder die Grenze überschreitend auch zur tatsächlichen legalen Gewalt, auch hier kann man ja durchaus unterscheiden, gegeben. Aus meiner Sicht mag eine solche Reaktion einmalig zulässig sein. Wenn es zur Dauer wird, wird aber hier eine Diktatur des Mobs auf der Straße über die nach wie vor, das muss man ja ganz klar sagen, mehrheitlich andere Meinungen in Deutschland begründet. Und da haben wir dann wieder ein grundsätzliches verfassungsrechtlich-rechtsstaatliches Problem. Wir hatten ja das Problem in der Diskussion schon mehrfach, dass man Greta Thunberg und ihre Fridays for Future-Aktionen nicht mehr kritisieren darf, wenn man ansonsten quasi medial platt gemacht wird. Jetzt haben wir hier Maßnahmen, die aus meiner Sicht sehr bedenklich in den Entscheidungsfindungsprozess der Demokratie eingreifen. Und das alles nur, weil unterschiedliche Leute unterschiedliche Meinungen haben und auch unterschiedliche Schwerpunkte im Übrigen setzen. Das Gleiche ergibt sich im Übrigen auch, wenn man die aktuellen Forderungen anschaut, die Fridays for Future Deutschland erhebt. Zum Beispiel, dass man 80% Steuer für Einkommen auf einer Million machen muss. An der Stelle ist auch die Grenze der bloßen Klimaschutzpolitik überschritten, wenn man in die Fiskalpolitik einzugreifen versucht. Und genau deshalb muss man sich dann eben, liebe Leute von Fridays for Future Deutschland, entsprechend behandeln lassen, so wie man sich auch als SPD oder CDU behandeln lassen muss, wer Bockmist von sich gibt, den muss man auch entsprechend kritisieren dürfen. Und genau hier ist im Übrigen auch der große Unterschied zu dem Vorgehen von Greta Thunbergs, Fridays for Future Demos am Freitag. Wenn ich eben diese Forderungen, die aber jetzt nicht ident sind mit den Extinction Rebellion Forderungen, letztlich als Maßstab nehme, die eben viel weiter gehen als das bloße Umweltanlegen, dann muss man sich schon die Frage stellen, inwieweit hier nicht eine neue politische Bewegung versucht, durch einen möchtigeren Straßenkampf, möchte ich jetzt fast formulieren, hier ihre Meinung der Mehrheit aufzuoktroyieren. Eure Meinung ist gefragt, kommentiert wie immer auf YouTube unter dem Video in den Kommentaren, tretet mit mir in den Diskurs, sagt mir, was haltet ihr davon, legal, notwendiges Mittel etc. Ich möchte eure Meinung wissen und vergesst nicht, das Video zu liken und zu teilen. Für Ektivenews, Michael Langens.